Dieser gebrauchte Audi A3 ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen Viertürer Platz. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 99.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2010. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, Dachreling, Bordcomputer und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an ein Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 4,2 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017